Und so ging es mir mit der Strohflinte, also mit der Hop Gun. Jetzt habe ich mir natürlich hier ein Ei gelegt, ne? Treffe ich nicht. Wo ist der schon hingegangen? Komm nicht irgendwo. Wo ist? Ne? Was ist jetzt durchgescheißen? Durch das Brett, oder was? Hm, da haben wir natürlich voll das Ei gelegt hier, ne? Hier oben drin. Hier oben drin. Hier oben. Hier oben drin. Hier oben drin. und die sich gegenseitig das ist ja ganz so gar nicht laufen triffst aber keinen von hier oben da haben wir nichts mehr über alle so die kleine und die schröhle in denen unten ist muss man jetzt nicht dran kommen na fahrrad ich will ich in der wird wegkommet und granaten oder was haben wir gerade welche mit handgranaten was jetzt haben wir welche mitgenommen glaubt nämlich nicht was ist alles raus hier keine mitgenommen sehr gut keine schrot ach keine handgranaten mitgenommen die schrotflinte liegt unten und die waffe glitzt schon wieder am boden da nun und Und da hat er den Teil wieder ab. Mein Aufkommi Kreuzer. Au. Au. Toll, mein Schrotflin liegt aber noch dort. Ein Tollgenausdauermeer. Weck dich doch mal hier dahinter. Kommt da noch ein Polizist angelautscht? Ne, da ist so ein komischer Rotor da. Alle, alle, alle. Hm. Da hast du keine Chancen. Keine einzige Chance. Alle Magazine leer. Hätte ich vorher machen sollen. So, dann machen wir gleich. Komm, bring mich um, los. Ja. Ja, hier sind nicht alle nachgelärten gleich. Die ist eh gleich leer. Die ist doch eigentlich alle nachgeladen, oder nicht? Nein. Ist doch noch voll. Und ich hab ja eben gesagt, ich wär leer. Und das Magazine war da eben auch leer. Ja, das ist leer. Okay. Hammer. Da ist nichts mehr drin. Wollen wir nichts mehr haben, ne? Nee, ist leer. Okay, dann können wir die hier schon mal dahin tun. Da ist auch noch eins von denen. Und man wird der wenigstens ein bisschen was machen können. Aber das ist ein altes Magazin. Es kann passieren, dass es dann wieder hängen bleibt, ne? Ja, und da müsste ich ganz schnell die Schrollblinde irgendwie noch aufheben können. Das wärs. Und die erstmal weghängen. Wenn ich mich runderspringen kann ich schnell die Schrollblinde nehmen. Na, nehm doch jetzt mal die Schrollblinde. Jetzt hau ab. Hau jetzt ab. Hau einfach ab. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Wir rennen ja sowieso in eurer Scheiß, egal wie. Hm, doch, die mir nehm ich. Na komm. Und ein bisschen langer. Da kann sie durchlaufen, ja? Das geht. Komisch. Au. Au. Wo bist denn hin? Hä? Hm. Ich wollte Kreuz abdrücken. Hä? Hat ne abgesägte Schrollblinde, du traut, du Saussack. Gut dämlicher. Hm, hätt ich eben noch mal speichern sollen, ne? Also, die weg. Wieder hin. Das Magazin vorsichtshaber raus. Nee. Nein. Die andere Box. Wollte eben gerade abdrücken. Na. Dann kannst du das hier rausholen, kannst du es dann einsteppeln, wenn du eh leer bist. So, jetzt. Wunder. Bücken. Rotblinde aufnehmen. Ja, dann muss ich die Rotblinde aufnehmen, oder so schnell, ne? Wie er soll. Ah, was ist denn? Da lauft doch einfach. Und durchs Worte läufst du eh langsamer. Und durchs Worte läufst du eh langsamer. Ja, ruhig nass geschwitzt. Und da kommt dort angewas mit seiner Abgesägten. Komm. Komm. Lauf zu, mein. Hinter der Wand. Hinter der Wand. Jetzt musst du nachladen, mein Freund. Nein. Ha. Ah. Oh. Auch kommen wir nicht, ne? Hm. Dann müssen wir doch verinnern. Polizist. Dann gehen Klumpen, wo wir uns dahinter verstecken können. Hm. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Hm. Hm. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, die war leer. Nach der Entfernung mit der Rotblinde warst du gar kein Versuchung eigentlich. Mach mal das Licht aus. Lauf, 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 lauf. Nun kein Animalier rein. Hier müsste man erstmal sicher sein. Los. Hm. Schmeißt du die Knarre jetzt wieder weg? Du sollst die einfach rübergeben in die andere Hand. Hm. Langsam, langsam. Ich weiß, du kannst dich langsam machen, weil der Polizist dich verfolgt. Aber. Ich denke an die blüten Bänder, die ja manchmal rumschweben, ne? So, jetzt kommt mal heim. Was ist denn? Was ist denn? Hm. Bisschen Kamikäuser aber als Kammer ist er geschafft. Hey. Was machst denn du? Du musst ja noch zwei Quest abgeben, ne? Hm. Entschuldigung. Du musst dich ja auch schon mal heilen. Und isst ein Stück Kuchen. Äh. Kuchen. Oben gehabt mal Kuchen. Du musst dich heilen. Nur heilen musst du dich. Gut. Mal zum Questen hier. Einen haben wir halt. Dokumente. war nicht nur das man eigentlich machen soll eine stufe mehr griechen war dir sind das verlorene sprach aufzeichnen gerät das war doch aber auch in der stadt in dem dorf karte karte das war nicht im dorf das ist hin bei dem großen ist schon kommen wir dabei der fabrik raus also kann ich jetzt dass ich habe die fabrik doch schon aufgedeckt na so passt munition warst munition doch schon mal ein bisschen müll loswerden die da nicht rucksack nee das eigentlich ist auch nicht katja war nicht hier aber schade bei mir ist auch nicht schmeiß erst mal runter weg und weg das flair das messer kann weg wo immer du reingehörst das unseres ich wandere nur ein schluss weil wegen einer kuchen na ich mich klitschen werfen wenn man durch die tüche durch so weg das stimmt mal sauber machen hier so wo sind meine rotblinde die schluss haben wir noch na hier das Messer brauchen wir und nimm mal den Kram ne weil wir vorhin den Fehlkauf gemacht haben ich mein das letzte Mal ne ne der Kauf ist schon mal so billig aber ich muss noch mit beiden Schrollflinten unterwegs gehen und mit der kleinen auch noch voll der Rest war ja noch voll war doch 2,18er ich mein 9,18er oder was ist denn da unten No Leute zu schnell geht nicht ja gut hier haben wir die auch wieder voll oder mindestens halb voll 65 Schuss haben wir hier noch drin hier ist das volle Magazin drin oder was ne das werden wir schon sauber machen stimmt sonst hat es ja wieder ständig lautehemmungen da haben wir immer noch keine Munition für die anderen ne aber vielleicht haben wir drüben noch was wenn ich schon wieder Geld ausgeben wo wir ja noch Zeug hätten zum verkaufen so wo ist jetzt meine Dose na das war es nämlich vielleicht weil die nicht mehr viel wert ist hier und das ist ein halben Schraubstock mit eingeschmiert hä hallo mit dem Tuch abwischen oder was naja erst noch ein Magazin für die Kleine noch ein Magazin für die Kleine ne ist ein anderes hä naja wie einsprühen kann ich und ich wieso gehen jetzt die Bürsten nicht mehr hä ähm hallo äh und nicht nur zum einspringen besser oder muss doch echt leermachen das Magazin hm eigenartig gut Frühflasche ist eh reale jede kriege ich nicht auf kann man nichts damit machen so haben wir doch noch eine 45er verdammt ein Pufftscher ja sehen wir doch nicht nein na nun im sechsten Pufftsch so der andere so dann putter hier mal was na gut dann ist unsere Schriftflinte eben äh ich meine hier unsere Maschinengewehr ich jetzt auch schon mal wie viel Schuss haben wir noch ist einmal voll hier weiß ich gar nicht hm muss da auch einmal voll sein fast so dann haben wir nur noch unsere Schriftflinte und die kleine ein paar Kanaten nehme ich diesmal mit ne ähm hier und so so kann man ruhig mal hier mal äh mal testen hier äh nee gut nun testen wir mal ob wir drüben rauskommen da der Fabrik müsste doch eigentlich ich hab sie da eigentlich freigeschollen von der Sache her ne gehts nicht mal dran ähm verdammt doch wieder an dem Dorf vorbei hm aber das sehen wir auf die nächste Folge wenn ich geh nochmal das sehen wir mal